Ja, ich auch. Ja, vor allen Dingen, der hilft uns da stundenlang, diesen Scheiß-U-Schrauber aufzufüllen. Und dann sprengen wir dem seinen auch noch mit in die Luft. Mit allen Sachen, die da drin waren. Ja, kein Middle Bird hier. Irgendein anderes Auto, womit du dich irgendwie bewegen kannst? Weil du müsstest schon ziemlich durch den Wald gehen, oder? Hier ist genau nichts. Den Oral nehme ich nicht, der ist voll. Also, das ist ja unser Lager. Den kann ich nicht einfach... Der Floß ist noch in der AFK-Ecke. Kannst du mal gucken, ob der irgendwie... Ja. User left your channel. Wer ist denn jetzt raus? Ja, der... Der Ding ist ja... Alter, wie heißt nicht im Supermarkt ist? Das kann doch nicht sein. I think I attracted you. Nee, der antwortet nicht. Oh, mein Gott. Ah! Da, ich sehe. Hast du? Ja, ich hätte den Fuhr weit weggeparkt. Ja, krass. Wen soll ich jetzt nochmal abholen? Mich bitte, ich bin hier am Arsch der Welt und hab nichts. Okay. Ich würde gerne erstmal zurück zum Camp und dann müssen wir gucken, was im Oral noch so drin ist, was ich mir snappen kann. Äh, du kannst mich ausbeuten. Wir haben, äh, einen Lock-Bug gehabt. Ich stehe da rum. Mit. Ganz an meinem Back und kannst mich auseinander looten. Oh, geil. Ja, fett. Jo, ähm, wo bist du denn? Ich laufe gerade an so einem Ortschild. Ich bin in Kamichobo. Kamichobo. Sonichi. Kamichobo. Ja, dann komme ich ein Stückchen dahinter runter, ne? Ja, genau. Ich warte hier an der... Siehst du, dieses Bushaltestellen-Schild? Da müsste eigentlich Platz sein. Oh, 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 ich kriege Besuch. Ach da, okay. Von meinem besten Freund, dem Zombie. Ja, ich komme ungefähr in die Nähe da von dem Bushaltestellen-Schild. Ja, ist ja... Im Endeffekt dachte ich wie Hose. Sehen Kilometer. All right. Ja, hilft ja nix. Ah, da, okay. Oh, der hat eine Bandage dabei. Fett. Ich würde sagen, ich knall hier mal ein paar Zombies ab. Oh, mein G36 ist weg. Das ist so eine Scheiße. Das ist zum Kotzen. Was soll ich denn sagen? Meine Waffe ist auch weg. Ja, du hast auch noch eine richtig krasse vom Rund geklaut, ne? Ja. Zum Schauer. Ja, hätte ich eh nicht gemerkt. Nö, der hat ja so krasses Zeug gemacht. Was war dann, das war eine? Ähm, Lee Enfield mit Holo-Visier. Boah, krass. Ja, und die hat jetzt auch kaputt. Oh, ich habe noch einen Rucksack gefunden. Nice, ein Alice-Pack. Boah, geil, dass man Headside-Audi-Surround hat. Alter, da kann ich immer genau sagen, wo die Zombies angelaufen kommen. Was war denn da? Karten, braucht man Karten? Ne, Karten braucht man nicht. Ne, braucht man nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Wir können ja mal ein Spiel machen. Dann setzen wir uns aufs Lagerfeuer und machen ein Kartenspiel. Das sind wahrscheinlich Pokémon-Karten. Ja, für meine Glück hast du dann, äh, ich liess nochmal der Drache, der so mega wertvoll war. Keine Ahnung. Glurak. Glurak, Junge. Ja, der war nicht wertvoll, oder? War der wertvoll? Doch, der war übertrieben wertvoll. Limitierte Edition, kostet 150 Euro. Von Glurak? Yes. Ja, krass. Aber nur die limitierte, die normale 50. Also 50 Euro für ein Pappkärtchen würde ich aber auch nehmen. Oh, wo kommt der denn jetzt noch einmal her? Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Kann man zusammen einen Kaffee trinken? Ja, kau ich mir ruhig ins Ohr. Das höre ich gerne. Nichts, also nichts, Bountier. Und zwei Karten und eine leere Dose. Oh, ich bin infiziert. Geil. Ja, ich habe ein Antipyric dabei. Ja. Trotzdem voll behindert. Lass mal hier. Lass mal hier. Oh, ich habe was zu fressen gefunden. Nein, doch nicht. Ach, fuck. Zwei Rasiermesser und zwei leere Dosen. Das ist auch scheiße. Das ist ein Heat Bob. Das ist ein Starnak. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Das ist ein Starnak. Genau. Nichts, nichts. Nichts, nichts. Ich habe Angst, nichts. Ich habe Angst. Oh, ich hab mal das Rauschen des Meeres für einen Hubschrauber gehalten. Das ist aber falsch gelegen, mein Freund. Oh, krass, fehlen eine Ladefläche von einem. Und Zombies können ja nicht hierher nicht angreifen, wie geil ist das denn? Oh, und da ist ein Hubschrauber. Ich blute. Ich bin unter dir, aber ich muss mich kurz vorher verwenden. Ich kann nicht mehr zoomen, warum kann ich nicht mehr reinzoomen? Drück mal Null. Ah, jetzt geht's. So, sagen wir's mal noch auf die Suche nach nem zweiten Heli machen. Ich bin hier noch in Cerno am Looten, ihr könnt das ja schon mal tun. Ja, ja, Mist. Drei dicke Häuser und das einzige, was ich finde, sind immer noch zwei Packungen Karten und ne leere Dosen. Erstmal wieder zurück ins Lager, oder? Äh, wie du willst. Also ich hab noch Munition und ein Gewehr, also eigentlich können wir ja direkt. Gut. Na gut, schauen wir uns. Weißt du die, kennst du die Spawnpunkte alle? Ja, lass uns mal. Warte, ich muss kurz meine Map anmachen. Du navigierst. Ja. Läser Zeichen, Daisy Map. So, Hubschrauber. Wo sind wir? In Balotan, ne? Äh, nee, in, äh... Kamichomo war das, ne? Ja. So sinnlos, dass hier überhaupt noch Maps spawnen, wenn man eine von Anfang an hat. Dann flieg mal... Warte, ich guck jetzt mal selber. Da auf diesen Berg, Rock. Hier oben sollen Flugzeug spawnen. Okay. Flieg mal ein bisschen links. Und jetzt geradeaus. Ein Stückchen noch, noch rechts. Siehst du da oben die Festung? Ja. Ja, da, dahinter sollen Flugzeug spawnen. Ich guck mal kurz, was für ein Typ war. Das sehen wir gleich. Ah, da hinter uns ist ein Regenbogen. Da liegt ja einfach gar nichts hinter... Der Raum, der soll sich mal hier verpassen. Ein bisschen nach rechts. Also hier unten soll ein Heli spawnen. Steht da einer? Ja, hinterm Kassenhaus. Da ist nix, ne? Ne, äh... Hier oben auf dem Berg. Hier ist nix. Nix, nix. Ne, dann lass uns weiterfliegen. Warte, dann guck ich mal. Warte mal kurz. Wir können auf die Insel nochmal. Die 4 gleich auf der Ecke. Ja, aber da war der ja kaputt. Der hat ja kein Treibstoff. Das bauen aber drei Zweihubschrauber, ne? Dann, warte. Wir gehen das nochmal auf die Insel, oder? Ja. Ich drehe einfach mal um. Genau, und der ist einfach gerade aus. Ein bisschen nach links noch. Ja, das geht. wieder. Da. Da. Ja, da. So, eine soll hier vorne direkt am Bergland spawnen, da steht aber nichts, ne? Ne. Ne, sieht nicht so aus. Und der andere soll hier hinter, auf der linken Seite spawnen. Da unten. Was? Ne, ist hier nichts. Geht mal nach links, die soll auch anders spawnen, hier ist auch nichts, ne? Ne. Dann haben wir die Arschkarte. Dann gucke ich mal weiter. Der nächste Hubschrauber-Spawnpunkt ist... Wenn ich jetzt auf die Schnelle einen finden würde... Alter, wir sind doch hier auf der Insel, ne? Hier muss doch irgendwo in der Nähe einen Hubschrauber spawnen. Ja, da auf dem Berg, wo wir den gestern hergeholt haben, wenn wir selber restart hatten, dann müsste er doch eigentlich wieder gespawnt sein, oder nicht? Nicht unbedingt. Da ist auch gar nicht als Spawnpunkt angezeigt. Ah, scheiße. Ich finde gerade schon gar keinen Hedyspawnpunkt mehr. Hier müssen doch irgendwo einer sein. Äh... Ja gut, da sollen angeblich zwei spawnen. Einmal eine Mi und einmal einen Transporthochschrauber. Ähm... Wo ist das? Über Czerno. Über Czerno? Ja, fliegt schon mal in Richtung Czerno. Das sind auch die vier Jike, die jetzt schrauben, oder? Was denn? Wenn der Hubschrauber hochgegangen ist, der große. Ja, das ist alles, was im Hubschrauber drin war, das hältst du im Arsch. Jetzt einfach gerade raus. Ja, das ist richtig räudig. Fuck, fuck, fuck. Mir macht dieses Spiel unnormal Spaß, ne? Aber diese Bugs, die regen einen nach einer Zeit einfach tierisch. Ja. Und das fuckt mich am allermeisten ab. Also wenn du Fehler machst, ist ja alles... Du kannst dich abfacken und dann ist es auch okay. Du musst ein bisschen rechts fliegen. Ja, genau. Wenn du dafür einfach nichts kannst. Ja, aber du musst rechts. Rechts? Ja, hinter dem Berg da. Ich glaube, ich hätte gerne Shotgun. Ja, Shotgun ist cool. Die sind einfach viel cooler gegen Zombies, glaube ich. Du bist noch weiter nach rechts. Auf jeden Fall mal vorsichtshalber die Emulsion davon. Ja, weiter, 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 weiter. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Ja, und der ist gerade raus. Perfekt. Wann schleppen die denn nur leere Dosen mit sich rum, ihr Pisser? Guck mal was anständiges mit. Hier ist ne Axt, die können wir heute nicht nehmen. So, noch weiter nach rechts. Ah, ich habe einen Revolver gefunden. This is Shane. Seitdem. Jetzt noch mal ein Stück links. So, jetzt hinter diesem Berghang da. Noch weiter links. Direkt hinter den roten Bäumen. Da unten sollen Hubschrauber zwei Stück ca. spawnen angeblich. Hier in dem Tal. Siehst du das? Ich gehe jetzt mal ein bisschen tiefer. Ja. Also hier in der Talstelle soll, in der Sperre sollen angeblich zwei Hubschrauber spawnen. Das habe ich auch gelesen. Das ist nix, ne? Ich sehe nix, ne. Hier war der kleine Löwen für den Hubschrauber. Genau hier. Der soll ich aber angeblich gar nicht spawnen. Egal, vielleicht ist das auch einfach nur... Dann du losest, wenn du verlierst Connection. Mhm. Dann gucke ich mal weiter auf dem Map. Jo. Ähm. Okay, ein Hubschrauber ist bei Sterisobor. Sterisobor, wo ist das denn? Sterisobor. Ah, da ist es. Der soll angeblich... Hier spawnen. Okay, flieg mal nach rechts. Und jetzt geradeaus. Genau, jetzt einfach geradeaus. Sam, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Aber... Ich glaube, du dürftest gar kein Hubschrauber fliegen rein, aus der Tatsache, weil du einfach... Zwischendurch rausfliegst und dann... Ich war einfach führerlos. Ja, das Ding ist, meine Maus ist jetzt irgendwie weg. Ja, du bist rausgeflogen aus dem Spiel. Ja, ja, aber meine Maus geht nicht. Ja, dann steck dir eine Maus und steck dir einmal ein. Nein, da geht es ja gar nicht weiter. Nein, da geht es ja gar nicht weiter. Das ist noch zwei Kilometer. Dennis, ich hab doch gesagt, soll es nicht mit fremden Leuten gehen. Der hat mir bisher noch keine Süßigkeiten angeboten. Doch nicht, aber es kommt noch von der anderen. Dann lädt er sich in sein Zelt ein. Wenn ich gleich vorbei und fast auf der Mitte einsteigen will, ist ein Heli hier. Zeig dir seine Kaninchen-Heli. Zeig nicht zu fremden Leuten den Heli, das hab ich aber schon am ersten Tag hier bei Daisy voll verkackt schon zweimal. Ja, da vorne soll jetzt ein Heli spawnen. Hier an dem Dorfrand. Da wo diese Sportfelder ist. Siehst du das da vorne auf der linken Seite? Die Zelte? Ja, diese Zelte, da soll ein Heli spawnen. Ist das nicht da, wo wir die fette Schlacht hatten? Ja. Ja, hier soll angeblich ein Heli sein. Dahinter. Aber sieht nicht so aus, ne? Ja. Scheiße. Gibt es da sonst noch irgendwas? Da ist kein Heli. Ja, halt beim Flugfeld, ne? Ja, beim R4. Beim R4, ja. Lampfen musste einfach erstmal nur gerade raus. Ein bisschen rechts. Wo sind denn die ganzen Helis? Ist ein Heli-Crash. Mal da gucken, wie ich hätt. Ja, lass mal gucken. Wenn ihr wieder eine M4 mit CCO misiert seht, hätt ich die gern. Ne. Ich hab ja auch keine Waffe. Das ist ja leider lost. Ich will mein G36 wieder. Ja gut, aber im Dings, im R4 sollte noch ein wenig sein. Ja. Ja, ich mein auch, da wär noch eine, ne? Ja, ja. Da sind noch ein paar Waffe drin auf dem Scharfschutzengewiff, wenn wir es noch dazu holen. Aber ich sammle jetzt mal pro Forma Shotgun-Punition. Ich will nämlich eine Shotgun. Ja. Und ich hab was zu trinken bekommen. Das ist schön. Essen müsste ich auch mal weiter was. Das ist ja einfach mal gar nix. Ja, Moment, warten wir sind vielleicht gesporen. Ja. Der Bug ist so geil, wie das MG einfach noch feuert. Ja. Das ist dem, was nicht aufgefallen ist, ne? Dass er das eingesetzt hat. Haha. Ah, das ist ne Zäge. Hab ich nen Hunting Knife? Natürlich nicht, ne? Ja, ich habe eins. Aber ich hab volles Inventar. Aber ich hab keinen, ich hab noch volles Inventar. Looten müsstest du auseinander nehmen, kann ich sagen. Ich hab grad, äh, Connection, äh, ne ziemlich schlechte Connection. Soll ich schießen? Ne, geht schon, warte. Das ohne Visier. Geht. Ja, okay. Sie war auf jeden Fall nicht nah, die Ziege. Ne. Schon weit weg, so. Ich mein Schlachten. Bitteschön. Danke. Oha, Zombies waren am Heli. Jungs, puste dich mal weg. Oha, liegt hier ne Taschenlampe, Peter. Fahr weiter. Kleine Taschenlampe brennt. Und zwei Pfeile. Oha, kein... Pianer, Alter. Ich muss noch was essen. Spassiv. Wow. Ja. Ich wollte ihn jetzt einfach so aus dem Licht spawnen. Finde ich auch immer so richtig hässlich. Nichts dabei. Rauchgranate. Da ist ja dabei. Da ist ja dabei. Leere Gefängerdose. Na Rauchgranate kannst du aufnehmen. Smokegranate. Mach ich dann mal. Geh ich mal in meinen Rucksack rein hier. Jetzt wo ich weiß, dass es funktioniert. Und dann nimm die mit, ne? Ne. Na klar, aber jetzt finde ich es aussozial, dass hier an dem Heli nichts ist. Außer Zombies. Tag empty Solarcan. Ja, aber jetzt finde ich es aussozial, dass hier an dem Heli nichts ist. Boah, nee. Kein Interesse. Ja, ist echt scheiße, ne? Hier ist gar nichts. Gut. Fliege mal wieder weg. Ja. Du fliegst? Ja. Na mir geht's noch rein. Was wippt der Heli so? Ja, kein gutes Zeichen. Bitte nicht. Geh doch da rein, Peter. Oh. Da ist es. Okay, wir müssen nach links. Ja, reicht schon. Das sieht glatt aus. Mountain Dew hab ich gefunden. Haha. Geil. Was hast du gefunden? Kennst du Mountain Dew von South Park? Das läuft ja immer. Da gibt's so eine Folge, da läuft ja so viel, dass der ultra hart furzen muss und alle davon sind die Verlangen. Ein paar Ausfragen ist auch etwas krasses, das es gibt. Das ist so gestört. Die WoW-Folge ist nice, Mann. Ja. Boah, nicht so ekelhaft. In den Eimer den ganzen Scheiß. Ja, ja, ja. Mom! I gotta take a crap. Da links ist noch eins. Da links ist noch eins. Das war's big boy, wasn't it? Ne, das ist, äh, das ist die Folge mit der, mit der Toilette, wo die Freunde der Toilette stehen geblieben müssen. Als sie die rausgeholt haben, hat sie eben die Gedärme aus der Vagina gesorgt. Achso, das meinst du das? Ihr wisst nach links, die spawnen da hin, am Ende. Und nach rechts, Entschuldigung. Die Helis mal reingucken, äh, die Hangars. Die Hangars. Ja, lass uns die Zombies ruhig abknallen, ich hab noch voll viele Standard-Wangels hier. Was? Lass uns die Zombies ruhig abknallen, ich hab noch voll viele Standards. Lande an. Lande an. Ich geh nicht um die Zombies, ich wollte einfach nur gucken. Ach, ob da was drin ist? Ja, ja. Ja, sonst ist hier nichts. Ne, sieht schlecht aus. So, jetzt hab ich aber wieder nochmal was zu fressen gefunden, jetzt bin ich eigentlich relativ safe hier. Na, cool. Ich bin ja auch grad ziemlich safe, mal davon abgesehen, dass die Hubschrauber die häufigste Todesursache sind von mir. Ja, und meine mittlerweile auch. Ne, stimmt nicht. Noch sind Zombies, da ich ja gestern den ganzen Tag, äh, vorhin, aus mich gezockt hab. Boah, gestern hab ich den ganzen Tag überlebt. So, keine Hubschrauber. Geh jetzt mal hier in die Tanke und guck mal auf deine Jerricans. Wär ja schon wünschenswert, nicht wahr? Ja, wär auch einfach schön. So, ich guck mal kurz auf den Web nochmal. Soll ich den Oral nach hinten fahren? Ne, ähm, ich würd sagen wir gehen jetzt vorne in den Gunjob. Kannst du mal rein, ich muss sowieso was essen und trinken. Alles klar. Ah, wir haben keine MG, ne? Ja. Dann park mal so nah wie möglich am Eingang, damit ich nicht, äh... Ja. Damit ich ne Safe Zone hab, relativ. Oh, wer ist das denn? Keine Ahnung. Auf der Straße, ne? Ne, das ist ein Zombie. Auf der Straße. Hey, Hayley! Da hinten läuft einer, guck mal siehst du das? Ja. Alles klar, ich komm hier nicht mehr raus. Boah, ich blute nicht, alles super optimal. Und dann lande einfach mal. Ja, ich stell mich genau vor das Ding. Dauert noch, ich will nichts kaputt machen. Komisch. Da bin ich lieber... Jetzt kannst du weiter. Moment. Vorsichtiger. Gerade noch ein Stück hier rüber. So. Alles nachvollziehbar, ich hab mich auch gestern so ultra hart abgefuckt, wo der Helikopft gegangen ist. Hm. So, ich geh mal was puttern. Ja. Und noch mehr Sodaken. Denken hab ich immer genug, aber... Du hast immer noch ein Tscherno, wo du die ganze Zeit rum bist. Ja, ich bin immer noch ein Tscherno, ja. Und noch eine Cola! Ich mach mal meinen Rucksack jetzt. Ja, manchmal, ne? Manchmal findet man so viel drin. Ich hab jetzt, äh... Warte mal, wie viel hab ich? Heiner ist jetzt im Haus. Ich hab vier Colas, einen essen. Oh, 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 oh. Ja. Aber keine Jerrycan. Schade. Ich blute schon wieder... Ne, ich blute nicht. Zum Glück. Kunde, keine Jerrycan, ne? Ich vermute nicht. Das ist ja mit dem Heli in die Luftflucht. Ist das safe? Ich bin safe, ja. Aber da hat eine Coca-Cola dabei. Cool. Kleine Taschenlampe brennt. Ja, sie brennt die ganze Nacht. Hier scheint nichts drin zu sein. Oh, wie komm ich denn hier an diesem... Äh, warte mal. Womit seid ihr unterwegs? Mit dem Heli? Ja. Yep. Warte. Wir müssen auf jeden Fall looten gehen, weil wir haben keine Gyri-Camps noch und nix. Also wenn wir einen Heli finden, dann müssen wir auch... Oder wenn wir den fliegen wollen weiter, dann müssen wir auch einen Gyri-Camp finden. Was ist, wenn meine Temperaturanzeige lila ist? Was wollte der Typ da? Der will mich zu einem Helikopter fliegen. Er will dich zu einem Helikopter fliegen. Kannst du auch gar nicht fliegen. Ja eben, deshalb mein ich ja. Geh nochmal rein, guck nochmal vielleicht hier zuvor. Der Ronk will dir den zeigen oder was? Ja. Ja. Schieb vor der Tür, äh, Wache. Ja. Ne, hier spawnen dann zwar nix. Hier fährt irgendwer im Auto. Halt sie ab! Hörte sie. Irgendwie ist der Server... Fire Station? Ja. Ja. Ey da, in Cerno sind voll viele Sachen gespawnt. Aber ich weiß nicht was das ist, Alter. Guckt mal da auf die Map. Seht ihr das? Cerno? Ja, ein Cerno bei mir. Könnt ihr mich sehen? Der könnt ihr gar nicht sehen, ne? Ne, ne. Das sind voll viele blaue Punkte, Alter. Rechts von mir. Ich weiß nicht was das ist, Alter. Oder... Das können Gegner sein. Das sind unidentifikierte, ähm, Menschen. Ich hab mir da jetzt einen Spawnpunkt gesetzt. Also dieser Grivachow ist hier. Grivachow ist der Ronk. Der Ronk ist wieder rausgeflogen. Ich versteh nicht warum. Irgendwie ist dann Internet nicht besonders gut, oder? Ne, das hat immer noch nichts mit dem Internet zu tun. Ich versteh das nicht. Ich weiß nicht woran das liegt. Der kommt immer ja. Arma 2 UA funktioniert nicht. Hä? Das ist seltsam. Ja. Ja okay, also wenn der Internet fliegen würde, würdest du ja auch aus der Verbindung rauslegen. Das stimmt schon. Ja, aber ich versteh es trotzdem nicht, Junkel. Aber mir ist gerade auch Bad Connection. Ja, mir nicht. Aber wie gesagt, das ist ein Stück mit der Connections. Toll. Ja, pass auf. Scheiße, der Zombie ist verpackt. Ja. Geht einfach ein Stück nach vorne. Ja. Dann darf er da eigentlich nicht mehr in die Safes von reinkommen. Dann geh er mal gucken. Ich geh drüber in das andere Gebäude. Ja. 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 Das ist Autos. Ne, hier sind voll die... Oh Gott. Hier ist leer. Gar nichts. Vorher machen wir das auch leer. Ne, ist ein. Ne, ist ein. Ne, ist ein. Ne, hier. Ne, ist ein. Ne, da. Ne, ne. mal dahin oder drinnen zombie theater so ein kind ja minimal ich muss hier so ein bisschen aufräumen weil mich halt nicht in Ruhe lassen muss ich halt töten take can Rucksack noch irgendwo die Party ab erstmal nicht so zum kleinen Airfield ja ah ich hab hier ne Kiste gefunden in den Zelten Kiste? was ist denn für ne Kiste? ja in den Kisten in den Medics Zelten da sind immer meistens Riesenrationen drin ja nice ja 10 Bandages, 5 Bloodbags ja fett hast du noch Platz in deinem Rucksack? ja ich hab aber nur Platz für ja ich muss mal gucken also die Bloodpacks sind mir wichtiger im Moment ja soll wieder in das kleine Flugfeld fliegen oder was da soll Neo sein ja ich gucke grad durch die Hangars durch ja